Habt ihr schon mal von Doomscrolling gehört, auch Doomsurfing genannt? Damit wird das unaufhörliche, geradezu exzessive Konsumieren von schockierenden oder negativen Nachrichten bezeichnet. Vorzugsweise in den sozialen Medien oder diesem Internets. Dass das schädliche Folgen haben kann, ist klar. Also warum macht man das? Was können wir dem entgegensetzen? Was können wir dem entgegen? Die Studien zeigen zunehmende Angst, aber auch Traurigkeit und eine katastrophenaffine Haltung. Im Grunde basieren Facebook und Co. genau auf diesem Prinzip. Hetze, Hass, Mobbing, Verachtung, all das triggert negative Gefühle. Und die sind paradoxerweise ein Suchtmittel, das nach mehr verlangt. Der Mechanismus, der beispielsweise in der Pandemie, aber auch in der Wahrnehmung von politischen Entscheidungen eine große Rolle spielt, ist der, dass uns negative Berichte, die insbesondere gerne von rechtspopulistischen Politikern in die Welt gesetzt werden, stärker ansprechen. Wenn diese Ansprache dann noch mit Fehlinformationen verbunden ist, kann es leicht geschehen, dass wir jede Logik außer Acht lassen. Unser Unterbewusstsein prüft das, was geschieht, nicht mehr auf seine Logik oder Konsistenz hin, sondern agiert nach völlig anderen Kriterien. Das Fatale dabei ist, dass viele Informationen sich aus genau diesen Gründen immer schneller verbreiten. Also Furcht, Angst oder Ärger schaffen ideale Bedingungen dafür, paradoxerweise, dass Informationen, Überzeugungen schneller weitergegeben und geliked werden können, obwohl sie Menschen ja eher abschrecken und von vielen, bei genauerem Nachdenken, auch gar nicht geteilt werden. Aber diesen seltsamen Mechanismus, den muss ich erklären. Der in Norwegen an der Universität Bergen forschende Kognitionsforscher und Neurowissenschaftler Stefan Kölsch erklärte es in seinem Buch Die dunkle Seite des Gehirns so. Angenommen, es kommt eine gute Fee und schenkt euch 10 Millionen Euro, obendrein ein Haus, ein paar tolle Reisen und was ihr euch immer noch so wünscht. Nun stellt euch vor, dieselbe Fee erweist sich als eine echte Ratte und nimmt euch das, was sie euch vor einem Monat geschenkt hat, aus irgendeinem Grund wieder weg. Ihr steht dann im Grunde genauso da wie vor diesem denkwürdigen Fee-Ereignis, aber eben nur, wenn ihr darüber nachdenkt. Denn emotional passiert was ganz anderes mit euch. Obwohl ihr einen Monat lang Spaß gehabt habt, findet ein Mechanismus in euch, genauer gesagt im Gehirn, es viel, viel besser, wenn die ganze Sache mit der Fee nie passiert wäre. Es ist besser, etwas nie gehabt zu haben, als dasselbe zu verlieren. Der Grund dafür ist, dass das Unterbewusstsein einen Verlust empirisch nachweisbar doppelt so stark bewertet wie den gleich großen Gewinn. Der Frust ist also doppelt so groß, wenn ihr was verliert, als das Vergnügen. Oder stellt euch vor, ihr kauft ein Eis mit zwei eurer Lieblingskugeln. Blöderweise habt ihr einen schlechten Tag und eine der Eiskugeln fällt patsch vor euch auf den Boden. Obwohl ihr noch eine Eiskugel habt, ist das Gefühl des Verlustes wieder doppelt so groß. Allein die Vorstellung, etwas zu haben, das euch einmal glücklich oder zumindest froh gemacht hat und es nun wieder zu verlieren, wird doppelt so stark wahrgenommen. Ihr könnt euch also merken, dass das Unbewusste doppelt so stark und viel zu übertrieben auf Negatives reagiert. Inzwischen kann man neurowissenschaftlich sogar relativ genau erklären, um welche Teile des Gehirns es sich handelt und wie dieser Mechanismus im Detail funktioniert. Die beiden Psychologen Daniel Kahnemann und Amos Twersky, die sich für die Untersuchungen von Entscheidungen interessierten, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind, entwickelten die sogenannte Prospect Theory, auf Deutsch etwa Erwartungstheorie. Zunächst hatten sie Situationen in Spielen bzw. Lotterien untersucht, die sich in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust unterscheiden. In solchen künstlichen Situationen kann man das leicht erzeugen, indem man zum Beispiel einen Gewinn von 100 Euro machen, aber nur 20 Euro verlieren kann. Deshalb sprachen die beiden anfangs auch von Lottery Theory. Heute gehört die zum Standardrepertoire der Verhaltensökonomik. Einfach gesagt war das, was Kahnemann und Twersky herausfanden, dass Menschen ihr Risikoverhalten verändern, je nachdem, wie sie die Sicherheit einschätzen, mit der ein erwartetes Ereignis eintreffen wird. Das kann der Einschlag eines Meteors oder der Gewinn beim wöchentlichen Lottospielen sein. Als Konstante erwies sich dabei, dass Menschen sich stark risikoavers verhalten. Das heißt, sie versuchen, Risiken zu vermeiden, auch wenn das Risiko mit einem weitaus höheren Gewinn einhergehen kann. Entscheidend ist, wie sicher das eine und das andere ist. Beispielsweise bevorzugen Testpersonen bei positiven Ereignissen sichere Zahlungen gegenüber höheren, aber unsicheren Gewinnen. Sie erhalten lieber fest 50 Euro auf die Hand, als sich auf ein Spiel einzulassen, bei dem sie mit 50%iger Wahrscheinlichkeit auch 100 Euro gewinnen könnten, aber eben auch Gefahr laufen, in 50% der Fälle leer auszugehen und dann 0 Euro zu erhalten. Ein anderes klassisches Beispiel. Ihr habt eine hundertprozentige Chance auf einen Gewinn von 400 Euro. Oder ihr könnt mit einem Risiko von 50% 1000 Euro gewinnen. Was macht ihr? Spiele dieser Art hat man 10.000 Male mit ganz vielen unterschiedlichen Versuchspersonen durchgeführt. Der Prospect Theory zufolge werdet ihr euch bei einer riskanten Entscheidung, die aber zu einem Gewinn führen kann, risikoscheu, risikoavers verhalten. Ihr entscheidet euch also für die sicheren 400 Euro, obwohl ihr einen höheren Gewinn erwarten könnt, wenn ihr euch auf das Risiko einlasst. Angenommen nun, Fall 2, ihr habt, sagen wir, 2000 Euro. Nun habt ihr eine nahezu hundertprozentige Chance, beim Spiel 500 Euro zu verlieren. Oder eine 50%ige Chance, 1000 Euro zu verlieren. Das heißt, dass ihr möglicherweise zwar alles behalten könnt, was ein Gewinn wäre, aber im schlechten Fall die Hälfte verliert. Verrückt ist, die meisten Spielerinnen werden sich für die 50%ige Chance entscheiden, 1000 Euro zu verlieren, statt die 500 Euro zu zahlen, weil die sind ja weg. Sie riskieren jetzt also plötzlich mehr zu verlieren, genau das, was sie im ersten Beispiel vermieden haben. Und warum dieses scheinbar paradoxe Verhalten? Ganz einfach, weil sie die Chance haben, überhaupt nichts zu verlieren. Und das ist das Allergrößte. Wir vermeiden den drohenden Verlust durch die Aussicht auf einen möglichen Gewinn. Und die Folge, wir werden unvorsichtig und riskieren mehr. Und genau das ist erschreckend irrational. Gerade bei risikoreichen Entscheidungen, die zu höheren Verlusten führen können, erweisen sich die Handelnden als erstaunlich risikofreudig und bevorzugen in den meisten Fällen tatsächlich das Ergebnis, das zwar einen geringeren erwarteten Nutzen hat, aber immerhin die Möglichkeit, Verluste zu vermeiden. Genau das sagt auch die Prospect Theory. Sind die erwarteten Ergebnisse negativ, dann handeln viele Menschen irrational und risikofreudig. Sie ziehen einen unsicheren Gewinn gegenüber einem sicheren, aber geringeren Verlust vor. Die 500 Euro und die 1000. In meiner Sendung brachte der Neurowissenschaftler Henning Beck das so auf den Punkt. Wir sind darauf eingestellt, dass wir Verluste vermeiden müssen. Wir erinnern uns auch an Niederlagen intensiver als an Siege. Wir erinnern uns an Schmerzen intensiver als an schöne Gefühle. Schöne Gefühle sind sehr vergänglich, aber die negativen Gefühle sind häufig sehr präsent. Auch aus dem einfachen Grund, weil ich aus negativen Gefühlen sehr viel mehr lernen kann. Seltsam, oder? Und dieses Prinzip findet ihr sowohl in der Wirtschaft wie im Berufsleben, manchmal auch in Beziehungen und natürlich im Gehirn. Aber dazu gleich. Zunächst will ich noch mal auf die Prozesse der Entscheidungsfindung zurückkommen. Die Studien zum Negativitäts-Bias spielen vor allem in den Bereichen eine Rolle, die Entscheidungen erforschten und herausfinden wollten, wie wir überhaupt gute Entscheidungen treffen. Dabei spielen die eben beschriebenen Effekte der Risiko- bzw. Verlust-Aversion eine große Rolle. Angenommen, eine Person wird mit einer Situation konfrontiert, in der sie die Möglichkeit hat, etwas zu gewinnen, aber eben leider auch etwas zu verlieren. Das ist ehrlich gesagt im Leben ja meistens so. Das Ergebnis vieler Tests war bekanntlich, dass die meisten Menschen die potenziellen Kosten, also den möglichen Verlust, deutlich stärker in Betracht gezogen haben, als potenzielle Gewinne. Negativität und Verlust-Aversion stehen also in einem engen Zusammenhang. Und genau das betrachtete ja die Prospect-Theory von Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und Amos Trasky. Und die brachten uns auf den Punkt. So weit, so gut. Interessant ist nun, dass in einer Überprüfung der von über 40 Studien zur Verlust-Aversion, die später als die Experimente Kahnemanns stattfanden, und sich diesmal auf gleich große Gewinne und Verluste konzentrierten, gezeigt werden konnte, dass es dennoch eine positive Auswirkung von Verlusten auf die Leistung, die autonome Erregung und die Reaktionszeit bei Entscheidungsaufgaben gibt. Die beiden Autoren, Jechiam und Hochmann, führten das unter anderem darauf zurück, dass sich Verluste auf die Aufmerksamkeit auswirken. Sie prägten daher den Begriff der Verlust-Aufmerksamkeit. Zwar stimmt es, sagen Sie, dass Verlust und damit negative Emotionen bei Entscheidungen ein größeres Gewicht erhalten, als die Aussicht auf den entsprechenden Gewinn. Aber es gäbe da noch zwei große Ungereimtheiten. Erstens konnte nämlich nicht eindeutig gezeigt werden, dass Menschen Situationen oder Anreizstrukturen meiden, die mit gleichwertigen Gewinnen und Verlusten verbunden sind. Und zweitens zeigten Ergebnisse echter, erfahrungsbasierter Entscheidungsaufgaben, dass Menschen nach Verlusten eine erhöhte Erregung zeigen, diese Erregung aber nicht gleichzeitig mit einer Verlust-Aversion auftritt. Die beiden Autoren schlugen daher ein Modell vor, dem zufolge erhöhte Verluste die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe, die man gerade zu bewältigen hat, beeinflussen. Und dadurch wird die Sensibilität für die Verstärkungsstruktur noch erhöht. Es treten also sogenannte asymmetrische Effekte von Verlusten auf das Verhalten auf, wenn Gewinne und Verluste getrennt, aber nicht, wenn sie gleichzeitig präsentiert werden. Auch wenn die Verlust-Aversion also fehlt, haben Verluste dennoch unterschiedliche Auswirkungen auf unsere Leistung. Erregung, frontale, kortikale Aktivierung und Verhaltenskonsistenz. Zumindest einige der Ungereimtheiten früherer Studien über die Auswirkungen von Verlusten kann also dieses neue, neuere Aufmerksamkeitsmodell erklären. All das lässt uns mit einem möglichen positiven Ausblick zurück. Es ist nicht alles verloren und das im Auge zu behalten, ist in Zeiten der großen Transformationen, die ja immer Angst machen, sehr wichtig. Transformationen übersetzen die meisten Menschen in und sagen, Mist, ich werde jetzt was verlieren. Es wird nicht mehr so sein, wie es war. Ja, mag sein, aber das ist eben die ziemlich einseitige, dunkle und düstere Seite der Sache. Negativitätsbias. Denn ihr könnt ja auch etwas gewinnen durch eine saubere Umwelt, mehr Zeit füreinander, ein entspannteres Leben in der Stadt, mit mehr Cafés oder Möglichkeiten, euch zu treffen. Man kann sich fragen, warum der Negativitätsbias überhaupt entwickelt wurde. Naja, die Evolutionstheoretikerinnen haben dafür eine ganz einfache Erklärung parat, die am Ende vielleicht etwas zu einfach ist. Sie sagen nämlich, dass wir Menschen früher in höherem Maße aufeinander angewiesen waren als heute. Was uns von den Menschenaffen unterscheidet, ist ja unsere sehr große, groß ausgeprägte Kooperationsfähigkeit. Das bedeutet, dass Abweichungen von dieser Kooperation bestraft werden und sanktioniert werden müssen. Und das wiederum macht nur Sinn, wenn die Strafe auch wirklich als Strafe erfahren wird und heftig genug ist. Und aus diesem Konformitätsdrang heraus entwickelten wir diese Negativitätsverzerrung. Wir sollen sozusagen immer spüren, wenn wir was falsch gemacht haben. Ich will mich so verhalten, dass andere oder das Schicksal mich nicht bestrafen. Das ist dann die Folge. Wenn ich die Regeln der Kooperation breche, werde ich bestraft. Es muss also ein verdammt hoher Gewinn auf der anderen Seite locken, damit ich die Regeln der Kooperation tatsächlich irgendwann mal breche. Etwa indem mir, sagen wir mal, extrem viel Geld angeboten wird, Stichwort Korruption. Und ich dann wirklich auch ein Verbrechen begehe und damit gegen die Kooperation verstoße. Der Konformitätsdrang, wie ihn Stefan Kölsch nennt, hat nachweislich seinen Sitz im Orbito-Frontal-Hirn. Genau da, wo bei Entscheidungen abgewogen und dann auch der Negativity-Bias sichtbar wird. Dass das so ist, weiß man inzwischen aus zahlreichen Experimenten im MRT. Wenn man also entscheiden muss, wird der seitliche Orbito-Frontal-Kortex aktiv, der dann mit dem Abwägen von Wahrscheinlichkeiten und Risiken beschäftigt ist. Auf Personen, die jetzt sehr stark auf Risiken reagieren, ist noch eine weitere Region im Orbito-Frontal-Kortex aktiv. Und das Ergebnis zeigt also, dass unterschiedliche Bereiche in derselben Region des Gehirns, Orbito-Frontal-Kortex, unsere Risiko-Aversion einerseits und andererseits unsere Risiko-Bereitschaft steuern. Weitere Versuche zeigten dann, dass bei attraktiven Aussichten auf Gewinn auch die Aktivität im Orbito-Frontal-Kortex steigt, sie hingegen bei unattraktivem Gewinn abnimmt. Außerdem reagiert unser Unbewusstes stärker auf drohende Verluste als auf potenzielle Gewinne. Das hatten wir schon. Genau das erzeugt ja den sogenannten Verlustfrust. Wir ärgern uns, weil wir in der langsameren Supermarktschlange stecken bleiben und gerade sehen, dass wir möglicherweise in einer anderen Schlange viel, viel schneller gewesen wären. Möglicherweise, denn oft ist es ja gar nicht so. Oder meint ihr, dass es doch so ist? Vielleicht hat euch ja jetzt gerade der Negativity-Bias einen Streich gespielt. Also was glaubt ihr? Steckt ihr häufiger in der langsameren Schlange? Dann schreibt es in die Kommentare. Und kleiner Tipp, wenn alle von euch immer in den langsameren Schlangen stehen, wer bitte steht dann überhaupt in den schnelleren? Die gute Nachricht ist, dass es durchaus Auswege aus dem Negativity-Bias gibt und wir negative Gedankenschleifen überlisten können. Stefan Kölsch präsentiert in seinem Buch eine ganze Reihe davon. Ein Weg ist zum Beispiel, sich selber aufzuschreiben, was man an sich wirklich schätzt. Das sollte man mal in einer lichten, guten, ruhigen Minute machen. Welche guten Eigenschaften habt ihr? Und ihr habt welche. Schreibt das auf in dem Moment, in dem ihr euch auch tatsächlich gut fühlt. Erinnert euch dann an das Gefühl. Schreibt es auf. Und dann, wenn ihr wieder mal denkt, dass ihr ein Mensch seid, der wirklich nichts auf die Reihe bekommt, holt den Zettel raus, erinnert euch, holt die positiven Erfahrungen in euch hervor, denn sie sind irgendwo in eurem Gedächtnis drin. Erinnert euch an eure Stärken und an eure positiven Seiten. All das gibt es, nur dass eure Festplatte leider gerade von diesem ätzenden Negativitätsalgorithmus komplett überschrieben wird und ihr kommt nicht ran an die Datei mit den guten Sachen drin. Eine weitere Empfehlung. Stefan Kölsch ist ja auch Musiker und erforscht Musik. Hört Musik, die gute Laune macht und euch gut tut. Sorgt für Good Vibrations. Wichtig auch, und das klingt wahnsinnig banal, ist aber enorm wirksam, man glaubt es gar nicht, probiert es aus. Atmet durch, atmet langsam ein und ganz bewusst wieder aus. Lasst den Atem fließen. Seid nicht so angespannt. Das Video zur Bedeutung des Atmens übrigens mit den Hintergründen findet ihr hier im i. Findet in dem Moment, in dem ihr seid, etwas Positives. Denn auch das gibt es. Findet es, sucht es. Lasst euch nicht von der negativen Stimme immer nur einreden, alles sei negativ. Ich selber denke in solchen Momenten immer an den genialen Jazz-Song Come Rain or Come Shine. Der stammt aus dem Jahre 1946. Da heißt es, come rain or come shine, we'll be happy together, unhappy together, now won't that be just fine. The days may be cloudy or sunny, we're in or out of the money. I'm with you, baby, I'm with you, rain or shine. Also, beide Dinge sehen. Neurowissenschaftler Henning Beck formulierte mit Blick auf die derzeitigen Krisen, die sich scheinbar in Deutschland ja zu häufen scheinen, folgendes. Deutschland hatte eigentlich immer konkrete Narrative oder Erzählungen gehabt, die dazu führen, dass man auch sehr viel positiver und sehr viel gestalterischer in die Zukunft geht. Und ich habe manchmal den Eindruck, das fehlt jetzt ein bisschen. Und das ist schwierig, weil das ist jetzt kein gestalterisches, proaktives Zukunftsmomentum. Besser wäre es zu sagen, wir erfinden die Welt wieder neu, wir machen uns frei von solchen fossilen Energieträgern, wir gewinnen durch Nachhaltigkeit sehr viel mehr Freiheit und sehr viel mehr Möglichkeiten in unseren Entscheidungen. Also, erfinden wir die Welt wieder neu. Das war uns immer wieder möglich und es ist uns auch heute noch möglich. Man muss sich nicht von den Denkschleifen der Negativität ständig erdrücken lassen, denn sie führen nur dazu, unsere gegenwärtige Situation noch schlechter zu bewerten, als sie in Wirklichkeit ist. Schließen möchte ich mit einem Vers aus einer Sammlung von Zen-Koans, die in meinem Zen-Training eine nicht unwichtige Rolle spielen. Der Vers bezieht sich auf die Erleuchtungserfahrung von Yoshu, das ist ein berühmter Zen-Meister, von dem der sogenannte 19. Fall des Mumunkan handelt. Der Vers geht folgendermaßen, die Blumen im Frühling, der Mond im Herbst, im Sommer die kühle Brise, im Winter der Schnee. Wenn unnütze Sachen den Geist nicht vernebeln, ist dies des Menschen glücklichste Jahreszeit. Und Tschüss.